Die von mehr als 5.300 Bürgerinnen und 27 Bürgermeistern unterzeichnete Petition Ehrenamt in Not ist heute dem Landeshauptmann übergeben worden. Im Namen der 65.000 Mitglieder von Vereinen wenden sich die Unterzeichner gegen die vorgeschriebene Eintragung in ein Staatsregister und die damit verbundene Bürokratie wie doppelte Buchhaltung oder zertifizierte PEC-Adresse. Mit der Petition fordern die Bürger das Land auf, ein eigenes Landesgesetz zur Rettung des Ehrenamtes zu verabschieden.